Now it's time to play Call of Duty Ghosts in Multiplayer Zusammen mit Fischkopp und Maru Hallo Und der Community immer noch Diesmal spielen wir Blitzangriff Wundert euch nicht über die 30 Sekunden Anfangslags Call of Duty Endlich Blitzangriff Meine Fresse ist ja lang genug gedauert Haben wir mal den ersten Kill geholt Das heißt Ich wurde schon Erster Kill gibt übrigens immer den Feldbefehl Okay Passt dazu Der First Blood, wenn du den machst, der gibt immer den Feldbefehl Ah, ich bin ins Ziel gerutscht Auf die Knien, voll geil Ja 7 Sekunden kann man jetzt Ja 4 3 2 1 1 Ne, aber dann bin ich an dem Punkt geklaut, ich bin gestorben, deswegen Ich warte aber auch gerade noch aufs Rheinrennen Was? Was ist los? Anfein Ey, es läuft Ich glaube meine nächste jetzt, ich muss wieder an die Base Was? Ich, ich weg mal am Dings da Jetzt! Slide! Nein! Da musst du Kann ich? Ja, der Feldbefehl Hast du den Feldbefehl mitgenommen? Ja Was? Ein Feldbefehl mitgenommen der da lag? Oh ja Da ist einer oben im Fenster Oh, ich kann einen Hund holen Im Fenster oben ist einer Fischkopf Wo denn? Bei dir direkt oben im Fenster in dem Haus Hier? Das kann ich nicht mehr beschreiben, weil da im Haus, wo du direkt daneben vorbeigelaufen bist gerade Worte, Worte, Worte Das ist so mies Nein! Das war so richtig mies Ich wurde nämlich angeschossen, wurde natürlich langsamer und dann konnte ein anderer vor mir reinrennen Oh Drei, eins Ich laufe, ich laufe Ja, nein! Shit! Mein Hund wurde gezügelt Fisch! Fisch! Oh Wenn du letztendlich direkt hieß den Killer, dann kriegst du so gute Freundrache oder so Gute Freundrache Ja Welcher Hund gerecht WTF Das ist genau die Map, die wir auf der Gamescom gespielt haben Ich hätte nur wahnsinnig gerne diese, wie heißt die, die MR Waffe oder so? Die Sniper Nein, diese Sniper, die auch ein bisschen Assault ist Stimmt Wieso habe ich gerade 1100 bekommen? Habe ich ja auch gesehen Ich möchte eine Sniper ohne Scope Jaja, diese neue, oh Runde 2 geht gleich los Seitenwechsel Seitenwechsel Oh, ich krieg ihm einen Kill Fischkopf Oh, 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 er schießt alles ab Einrichtung kaputt, links, brennt, rechts Ah, und da hat ein Gegner getroffen Warte Das war ich nicht Ich habe ja Punkte, nicht mehr Kills, schade Ja, natürlich hast du nicht mehr Kills Ich hab weder noch Ich finde das ist ein bisschen wie Fußball, dieser Spielmodus Genauso wie bei Battlefield 4, dieser Obliteration Mode Keiner will was über Battlefield 4 Ich Ich ziehe dir meine Punkte immer für sinnlose Perks aus So wie Odin, der dann anstatt Raketen mit Kisten wirft Hahahaha Maru, streng dich mal ein bisschen an Ja, ich wurde von deiner Strohflinte auf 15 Meter erschossen Hahahaha Das läuft gut So, du hast ein Feldbefehl getroppt Ne, gar nicht, Niki war das Da hat er den Hund, da hat er den Hund Ok, rein da, rein da, rein da Es ist immer nur einer Wir liegen in Führung Wir liegen in Führung Wegen Fischkopf Und jedem anderen, der zu dem Zeitpunkt da reingerannt ist Ja, aber Nein Ich kümmere mich jetzt um den Maniac und dann renne ich immer rein Ich werde mal jetzt kurz hier an unserem Punkt stehen bleiben Uns? Verteidigen? Verteidigen, genau Ich verteidige Unsere Ehre Ach nein Und wo und Übrigens, das tue ich Für Fisch Wo ist eigentlich Fisch? Oh, jetzt kämpfen wir alle Aha, Hund Es kommt keiner zu uns hier Ne, das ist Die meisten Leute spielen Objective-Mode Um Team-Desmatch zu spielen Und wundern sich dann, warum sie nicht gewonnen haben Ja, ich hasse das auch im Herrschaftsmodus Wenn Leute dann Wie kann ich mich nicht wieder entschiefen? Entschiefen? Ja Das hört sich lustig an Bop day Ein Fall ist weg Hecksprung Ja, nein Wenn man schief gelaufen ist Ach ja Payday Wo man die Tasche genommen hatte Dann auf einmal schief gelaufen ist Versteh ich nicht Ja, mit 3, du die sie schuld hast Mit Ja, aber komm Leute Also ich bitte euch Ist keine Sporttasche Ach Ach Kack Wo bin ich? Drecks Scopa Da oben ist schon wieder so ein IMS Das ist das Ziel Ich renne durch irgendwelche U-Bahnhöfe Und weiß nicht wo ich ankomme Ähm, du kümmerst dich mal bitte um Odin, der Raketen wirft, bitte Ähm, ich schwöre nicht mit Raketen Was? Laser? Ich bin der Ne Kisten und Juggernauts schmeiße ich Brabe ich nicht, dass ich einen Juggernaut schmeiße Auf jeden Fall habe ich den Nähmle geworfen Er kann eine Rockbombe Und auf einmal war ein Juggernaut da Mit meinem Namen über dem Kopf Oh, das war knapp, Alter Das war knapp Kann ich rein? Nee, noch nicht Sechs Sekunden Ah, nein Immerhin Dritter Das war's, das war's Da haben wir die Punkte geholt Machen wir noch einen am besten Hey Noch einen hinterher Ja Ganz direkt Ich mag echt diesen Spielmodus sehr, sehr gerne Oh, was ein schöner Kill Boah Ich hasse noch Ich renne noch ins Ziel Ah Ja Gut gemacht Meldet euch Zeit in der Analyse Das war ein guter Tag Wir trauern aber noch ein bisschen um Fisch Guck mal Dalu Dalu Eroberung Null Ja Dafür Abschüsse Fünf Also wenn ihr da nur euren Eierlauf macht Dann muss ja auch einer die Gegner auffallen Ich kann nicht mehr Eierlaufen Ich kann nicht mehr Eierlaufen Einer muss sich um die Gegner kümmern Also jetzt den Uli packe ich wieder weg Jetzt nehme ich den Den Juggernaut Äh, warte mal, warte Ich würde gerne den Maniac wegpacken Was Was gibt's denn hier noch so schönes? Loki Wo gehört sich an wie irgendjemand da stecht Warum sie die Rakete haben? Kaufen Jawoll Kaufen Kaufen Zu spät gekauft Schon vorbei 25 Punkte Wie abgefahren ist das denn? Double XP Stimmt Double XP Wochenende Was ist das für ne Map? Die kenn ich schon wieder nicht Oh Lord Oder? Kenn ich die? Kenn ich die? Wer ist nächstes Suchen und Retten spielen? Schreibt in die Kommentare Wenn ihr das nächste Suchen und Retten sehen wollt Suchen und Retten ist halt blöd mit vielen Leuten Weil dann kannst du recht schnell zugucken Das stimmt auch wieder Ah ne Ich hasse Suchen und Retten Das ist ein schöner Modus Aber nicht für solche Spiele wie die beiden Ja gut wir sind nicht Jetzt gerade sind wir zu fünft Nein das ist halt bei Call of Duty Stirbst du halt viel zu schnell Das für so nen Modus Richtig Ich finde das ist auch ein Modus für Solaren Partys Die es ja nicht mehr gibt Wo sind die eigentlich denn? Kann man jetzt eine Online Party draus machen? Eine WLAN Party Eine WLAN Party Brauch Achso was Wir haben jetzt Sliden ja immer noch ins Game Ah ich dachte wir machen eine Herrschaft Wolltest du jetzt einen WLAN Kabelwitz machen? Gibt WLAN Kabel übrigens immer noch Ja genau Ey Das wird so genannt Alter Was wird so genannt? Deine Mutter? Deine Mutter wird WLAN Kabel genannt Warum? Wieso heißt sie denn? WLAN Kabel ist immer ein komischer Name für ne Mutter Ok da Lukas bist du das? Nein Geht dich gar nix aus Geht dich Oh haben sie die Base zugemint Der ist schon tot Den wollte ich töten Der war aber schon tot Oh der ist schon tot Ich hab ganz vergessen dass ich ins Ziel muss Lauf da jetzt hin Ich mach das mal Jungs Ja? Ihr könnt ja währenddessen irgendwie weiß ich nicht Äh ja ich schmeiß mit Granaten Mach it Oh shit Oh shit Okay ich hab ihn Jawoll Slide in that shit Gefahr ist nah Wenn ich sterbe schlafe ich ne Granate Haha Ähm ich stell mal so nen Das sind sattelie Dings da Stattelie Dings da Stattelie Dings da Stattelie Dings da Ohhhh Erh Oh shit Ich leb noch Alles gut Alles gut ALTER Wenn ich Finger fertig Lass mich Finger fertig Wessen Mutter? Fingerfartig Fingerfartig Der ist Fingerfartig Ohhhh Ahhhh Uhhh Zeitliche Sattelie Dings Lass mich nicht aus beschlossen. Aber da hinten sind aber Gegner. Da versteckt sich einer bei den Rohren. Okay, jetzt ist eine Waffe aufgehoben. Jetzt gibt es Ärger. Maru, beruhig dich! Bleib ruhig! Ne, ist mal noch keiner bei uns. Die haben noch keinen Punkt gemacht. Wer? Die? Die machen ja nur Kills. Warte mal, hier ist einer bei den Rohren, glaub ich. Ey komm, der hätte doch irgendwo noch mal sterben können. Nicht mehr. Komm immer rein! Ah nein, hat er gedacht, hat er gedacht. Haben die einen Punkt jetzt? Nein, natürlich nicht. Sehr gut, Dalu. Dann hol dich noch einen für uns, okay? Ich kann rein. Wie versuch's. Sehr gut, Maru. Sehr gut. Wo ist denn oben? Ey, ich kann die Monika dritten. Ja, mach mal bitte bei uns in die Base. Ich frag mich halt, warum droppt nicht jeder seine Waffe? Muss man der Killer sein, um die Waffe aufheben zu dürfen? Bleib die Kiste, hier liegt alles. Die andere. Vielleicht ist das ein Perk, Dalu. Ich kenn mich da ja nicht aus. So, ich renne jetzt rein gleich. Kriebrige Waffen. Warte bei uns einen Haufen Leute, wenn wir Base. Kein Problem, ich bin bei denen. Und... Nein! Aber egal, Waffen steht. Aber egal, Waffen steht. Er kämpft einer auf unserer Base. Ah, er schießt weiter. Egal. Kurz vor dem Ziel. Ich bin immer noch an unserer Base. Wo denn? Da oben, jetzt hab ich ihn erschossen. Auf der anderen Seite steht auch ein Sniper. Bei dir, Fischkopf, irgendwo. Ah, er sitzt immer noch da unten. Kann man ja leider nicht spoten wie ein Battlefield. Arsch! Ei! Verdammt! Was hab ich gesagt? Ah, das ist ein Kumpel. Oh, das war... Diese Granaten immer. Aha! Aha! Nein, einer ist durch. Ah... Halt ist eingedrungen. Ich hab ein! Ach, Mist, direkt verfehlt leider. Ich hab die Waffe, die ich da nur haben wollte. Welche? Ja, eine Sniper ohne... Ich hab einen Wixer, erreiten Sie einen Anschluss im Liegen! Oh! Ach, fuck! Mindestens ist mein Hund noch gut unterwegs. Oder mich von hinten. 4 zu 1! 4 zu 1! Ich würd jetzt noch mal reinlaufen, hab ich mir überlegt. Meine Muni-Kiste ist alle. Muni! Oh, wieso wird's jetzt so dramatisch? Seit... eine Minute. Okay. Dann, äh, verteidige ich jetzt. Ich bin durch. Nein, die war doch einer durch! Nein, genau! Vor mir ist einer durchgerannt! Ich hasse los! Was? Das ist voll mies, ne? Ich bin safe! Ich bin safe! Böse Dog! Jetzt bin ich durch! Das hat er am Ziel! Bei uns! Das ist ich! Oh, denn genau! Ich bin auch hier bei unserem Ziel! Du lügst! Nein, Mann! Da war einer! Ja, jetzt ist er da! Jetzt ist er da! Alter! Aber mein Hund! Mein Hund! 7-1! 10 Punkte noch! Hahahaha! Genau! Aufwandzone habe ich ihn erschossen! 4... 3... 2... 1... Ha! Ha! Nice! 8-2-1! Fahren wir zur WM! Müssen wir jetzt eigentlich nur... Ich glaube, wir müssen nur zwei Punkte holen! Ist jetzt Seitenwechsel? Ja! Ich hab nicht aufgepasst! Oh, wer hat's durch Metall schießt! Ich glaube, wir müssen nur zwei Punkte holen, um zu gewinnen! Jedes Sieg? Nein, nein! Aber wir haben ja nur einen in Runde 1 geholt! Achso! Achso! Hä? Wieso? Es wird runtergezählt, Fischkopf! Jeder muss erstmal bereit sein! Ne, das hab ich verstanden! Ich hoffe, was hätten, was ging nicht! Jeder muss sich erstmal fertig machen! Ha! 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 Wir drehen... Achso! Über Funk wird sich dann gesagt los! Ah! Nase kratzen! Klassiker! Yeah! Immer wenn der Gegner um die Ecke kommt, muss ich vorher in der Nase kratzen! Ja! Wenn der Nase juckt, kommt der Gegner um die Ecke! Jetzt... Oh! Da hat er den Wachhund... Da hat er den Wachhund direkt geschossen! Ich hab ihn! Auf fünf! Ah! Das sind drei Leute, die da aufpassen! Drei verschiedene Punkte! Kein Problem! Ich bin da! Ja! Guck mal! Er kommt da doch als Hund! Ah! Wer hat es da doch halt selbst! Ich lauf rein! Slide! Yeah! Führung! Ah! Ach! Die Punkte bleiben! Das... Das wusste ich nicht! Ich bin jetzt auf dem gegnerischen Dach! Ich könnte, glaube ich, einfach reinspringen jetzt! Ich versuch's! Mach doch! Hopp! Wir wollen noch fünf Killen! Ja! Okay! Also ist doch auf... Also ist doch nicht so fair, dass eigentlich... Eigentlich müssten wir gewonnen haben! Weil wir haben ja jetzt mehr geholt auf dem Weg als die! Aber jetzt wird aber doch einfach zweimal auf Zeit gespielt! Egal! Mehr Spaß! Mehr Spaß! Weniger Kosten! Ja! Die Kosten sind ja auch höher! Waffen! Mehr Soldaten! Hey! Jetzt wird die Musik schon wieder dramatisch! Bei zwölf Punkte gewinnen wir automatisch! Das ist unfair! Alter! Nicht machen! Ich brauche nur noch drei Kills bis ich... Schau mal! Was schießt du, Mann? Nein! Die Granate hat die Team-Zugehörigkeit mir verschleiert! Ach da hockt der Sniper! Egal! Der kann ja eh nix reißen! Nicht rein rein! Ich möchte meinen Kisten schmeißen und den Odi nochmal freischalten! Okay! Also rein denn! Ah! Slide! Okay! Jetzt heißt es auch nicht! Es war einfach nur so ein schönes Geräusch! Ich bin reingeslidet! Wir haben zwölf Punkte! Ey! Achso, ne! Dann ist es aber nicht zwölf! Das müssten ja... Von der Balkenlänge müssten es ja 15 sein! 15, ne? 15! Ja, stimmt! Ich hab nur die epische Musik und 12 ist ja so eine runde Zahl! Rund, ja! Ach, den einen Weg lang zu gehen hat keinen Sinn ohne Sniper! Ja, stimmt! Ganz rechts! Ähm... Soll ich nochmal reinlaufen? Was meint ihr? Weil es sind bei unserem Posten zwei Leute! Das Feinteam punktet? Was ist denn da los, Leute? Ach shit! Einen Team muss ich noch machen! In zweieinhalb Minuten! Das schaff ich! Das schaff ich! Marco, das schaffst du! Und aber auch mal hier so ein Ding hier setzen, moll! Satcom? So? Ja! Ja, ich kann... Ich kann mir Kisten schmeißen! Mach mal! Wirf! Zu mir! Ich bin ein Jugger! Ich bin in der Base! Äh... Wo bist du in der Base? Auf dem Abgabepunkt! Der Jugger ist glaube ich ne... Äh... Hier! Was denn? Ja! Erst kommt ne Rauchgranate von oben! Damit man nicht sieht, was abgeschmissen wird! Heißt du, da kommen sie! Da kommen sie! Du hast es satt! Die will ja auch geil! Okay! Okay! Vai auf ein! Vai auf ein! Ein Juggernaut! Der Blendgranate! Kommt das echt ein Juggernaut oder nicht? Der rennt da da rum! Achso! Also in der Kiste! Also in der Vorräte! Vorräte! Satcom bereit! Das ist ein Gegner! Meinde markiert! Noch einen gekillt, Alter! Ich bin richtig... Ich hab nen richtigen Run, du! Einen Kill hab ich ne... Oh! Komm! Meiner will mich erschießen! Ja! Ich hab die Lufthoheit! Yay! Nein! Oh! Jetzt kommt die Lufthoheit! Hier auch Granate! Und Vorräte! Nochmal Vorräte zu der Base! Okay, ich warte! Oh! Blendgranaten kann ich schmeißen! Und nochmal Rauch drauf! Oh! Kaputt gegangen! Oh! Oh! Grafikglitches! Grafikglitches! Oh mein Gott! Ich weiß nicht wo ich bin! Die Night Owl! Was macht die Night Owl? Jetzt hab ich auf jeden Fall zwei fette Sachen in der Luft! Sie kommen nix! Ich seh nix! Ich hab die... Die fiesen Grafikglitches! Von APB! Von... What? Die super riesengroßen... Äh... Ah, ich bin nicht tot, jetzt kann ich wieder was sehen! Ne, ich seh nix! Dein Handy! Dein Handy! Dein Handy klingelt! Oh! Oh! Die scores! Hä? Da du grad? Ja! Wo bist du denn her? Ich lauf jetzt links rum! Ja! Das kann ich nicht mehr machen! Ein Feind ist durchgebrochen, Leute! Problem ist, ich seh nix! Ich kann nur Granaten schmeißen und... Pass auf! Die Zeit ist gleich um, aber vorher stehe ich noch rein! Feind Einheiten haben einen Maniac! Ich hab noch einen gekriegt! Ah, scheiße! 4, 1 und yes! Das war das Ende! Ah, geil! Fischkopf, da rennt er! Guck, guck, guck! Ich krieg ihn noch! Oh! Oh, daneben, daneben, daneben! Und dann in den Pump! 2, 1... Bam! Ah, aber er ist vorbeigelaufen! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Das war gut! Äh, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Und tschüss! Juhu!